ein herzlich willkommen mit mir der stefan bei einem neuen projekt wir spielen strand in deep ich habe das vor jahre mir mal geholt ich weiß gar nicht mal mehr ob es kostenlos war oder kostenpflichtig war jeden fall hat sich da jetzt wirklich sehr viel getan ich habe die beta beta von der beta beta gezockt ihr wisst worauf ich hinaus möchte und ich habe gelesen es soll sehr gut sein es soll eine story entwickelt haben wo man früher einfach in random reingeworfen worden ist und die wurde dann gespielt und wir schauen gemeinsam im strand in deep rein und ich mache mir mein eigenes urteil tag 0 wo bin ich ich glaube ich habe meinen kopf gestoßen hallo hallo ja ich rede mit die junge 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 es tat echt weh irgendwie ok paddel wer steht da denn alles ich kann die ganzen schriften noch nicht sehen aber was ich weiß muss ich die musik erst mal leiser machen zeigen wo jemand verdammt ist das lau erreichen sie das rettungsboot meine freunde ich hoffe ihr hört mich es ist unfassbar laut rettungsboot 2 du 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 duu hoopla hallo ja gut wir wir haben einen kompass ein bisschen essen und eine bandage junge dame Nehmen Sie bitte den Paddel und führen Sie den bitte ins Wasser ein. Schlagen Sie bitte die Fische nicht. Warum schlagen Sie die Fische, junge Dame? Oh, okay. Ich frage mich, ob ich ins Wasser springen könnte. Das ist ein Hai. Luft haben wir noch genug? Wir wollen erstmal da hinten auf die gute Insel. Ich will den Krebs haben. Also, das gefällt mir nicht so. Kann ich auch das Holz fallen lassen? Erfahrung ist gut freigeschauen. Das ist ja ganz toll, dass ich was freischalde. Aber damit kann ich leider jetzt gerade auch keinen Preis gewinnen. Okay. Also, wie kann ich das jetzt fallen lassen? Linke Hände. Ne, leere Hände. Sorry. Okay, wir wollen jetzt erstmal auf das Bötchen. Ich frage mich, wie ich aufs Bötchen komme. Da ist eine Koralle, oder? Hup. Wie hier einfach. Benutzen Sie das Paddel. Ist zu steuern. Ja, das ist ja alles sehr toll. Aber ich will ins Bötchen. Das ist ja alles so kompliziert. Ich sehe das. Wie habe ich das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Okay, wir können irgendwie durch alles durchgehen, würde ich jetzt mal so sagen. Hä? Das ist ja witzig. Ja, voll. Was haben wir denn hier? Ich würde mich gerne mal wieder hinstellen. Eine Leuchtpistole. Okay, die Zeitschriften können wir leider nicht einsammeln. Ja, mehr ist leider... Warte. Da ist safe was. Warum soll man hier nicht hingehen? Warte mal. So, dann haben wir auch noch eine Giste. Ich will den Fisch haben. Nee, ich glaube wir brauchen wahrscheinlich eine Angel. Zieh in den Floß, in dem du... Bright Mouse... Okay. Ich kann mit meinem Floß ans Land. Hier... Wo ist mein Floß denn? Wait a second. Ich habe ehrlich schon mein Floß verloren. Oh man. Oh, wir haben hier ein Frack gefunden, meine Freunde. Okay. Hier ist noch was drin. Oh. Okay. Ich will meine Hand lieber wieder halten. Okay. Wir wollen mal ganz kurz schauen. Also in so... Hallo. Schwimmen. Ein Wochen. Wir kriegen ja gar keinen Boost. Wir schnetzeln dich, du kleiner Hai. Wir brauchen... Wir brauchen... ...erst mal Equipment. Bis wir uns wieder auf einer Reise... ...begegnen. Ähm... ...da wie es aussieht, kommen wir ohne ein Floß nicht weiter. Ich glaube... ...meine nächsten Folge... ...werden wir ein Floß haben. Auf einer Insel sein. Und erst mal besitzen. ... Vielen Dank.